Hallo News on 80.4, mein Name ist Rainer Breuer und ich bin Bürgermeister der Stadt Neuss. Natürlich möchte ich, dass Sie mich wieder wählen, denn es ist schon vieles erreicht, aber es ist noch einiges zu tun. Neuss ist schon bürgernäher, sozialer und moderner geworden, aber wir haben auch große Herausforderungen. Die Bewältigung der Corona-Krise, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Alterung der Gesellschaft, all das will ich anpacken mit Ihrer Unterstützung. Deswegen wählen Sie mich, Sie können nichts falsch machen.